Musik Der Golfclub Siegerland wird 25 Jahre alt und zählt aktuell rund 540 Mitglieder. Die Hälfte davon ist aktiv. Nun soll auch der Nachwuchs gefördert werden. Eine Kooperation hat der Golfclub mit dem Gymnasium Kreuztal und der Universität Sieben geschlossen. Außerdem finden Golfclub-Camps auf dem Gelände in Junkern-Heß statt. Passend zum Jubiläum rührte der Verein jetzt die Werbetrommel und erhielt prominente Hilfe. Silvia Neidt, die Bundestrainerin der DFB-Frauen und BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel räumten mit Klischees auf. Golf, das sei kein elitärer Sport für alte Herren, sondern ein wunderbarer Ausgleich zum stressigen Alltag. Eine Parallele zum Fußball war auch schnell gefunden. Ein Ballgefühl ist auch beim Golfen von Vorteil. Beide Promis sind leidenschaftliche Golfer. Neidt ist sogar Mitglied im Golfclub Siegerland und kann hier besonders gut entspannen. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020